Was geht ab, meine XRP-Freundinnen da draußen? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Ja, XRP die letzten zwei Tage ordentlich nach oben hin geballert, kennt man so gar nicht, nachdem es die letzten Wochen dann wieder deutlich nach unten hing, was möglicherweise dazu geführt hat und wie jetzt die weiteren Aussichten sind, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen XRP-Update-Video anschauen. Außerdem natürlich 1, 2 News, auch nochmal ein bisschen interessant für diese Woche, was so passiert ist oder was jetzt im Endeffekt noch diese Woche kommen könnte. Gleich mal vorweg, nein, das Urteil ist noch nicht zu Ende, nein, XRP hat noch nicht gewonnen, aber schauen wir trotzdem mal, was es sonst so für News gibt. Und bevor wir starten, lasst dem Video gerne wieder ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News, Signale, auch zu XRP, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und natürlich alles for free. Und wenn ihr natürlich noch eine Börse sucht, wo ihr auch XRP handeln könnt, kann ich euch nur meinen Partner BingX empfehlen. Dort habt ihr momentan, wenn ihr euch einfach unter den Link unten registriert, immer noch die Möglichkeit, Free Trades abzustauben, ohne dass ihr irgendwas einzahlen müsst. So, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein zur XRP-Analyse. Momentan traden wir bei ungefähr 0,46 US-Dollar Cent. Wir sehen, die letzten zwei Tage oder so seit Mittwoch geht es ordentlich nach oben. Was hat dazu geführt? Einerseits, um es schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, Ripple, da, Etappensieg für Ripple, Gericht lässt Hinman-Dokument zu. Das hat schon mal den Kurs ein bisschen beflügelt und natürlich positiv, auch für die weitere Anhörung. Trotzdem, man muss die Kirche hier im Dorf lassen. Es ist immer noch kein Urteil da, ich habe es gerade eben schon mal gesagt. Also immer noch ein bisschen vorsichtig hier sein. Das hat für den ersten Anstieg geführt, wenn wir jetzt hier mal wieder reingehen, auch ordentlich mal wieder ein bisschen hier Volumen reingekommen, nachdem wir hier diesen Abverkauf in den letzten Wochen immer wieder hatten. Und jetzt mal hier in dieser grünen Box, über die wir auch wochenlang darüber gesprochen haben, dass das wirklich so eine Turnaround-Zone sein könnte bei den 0,41 rum, wo eben diese grüne Box ist. Diese grüne Box ist unsere ehemalige Range, die jetzt hier gebacktestet wurde und daraufhin kam ein schönes Volumen rein und ein ordentlicher Pump. Gleichzeitig, was auch noch Bombe war, darüber haben wir auch gesprochen, sollte hier diese grüne Box, wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben, getestet werden. Wäre es wichtig, über das Golden Pocket zu kommen und wir sind impulsiv drüber. Klar, wir haben da nochmal so ein bisschen gestruggelt, aber im Endeffekt durch die zweiten News, die ich jetzt gleich nochmal vorlesen werde, ist dann wirklich hier auch ein höheres Hoch reingekommen. Wir haben dieses Hoch rausgenommen. Besser wäre es vielleicht noch gewesen, hier diesen Bereich um die 0,46, 6,5, da wo wir jetzt momentan sind, nochmal drüber zu kommen. Aber wie gesagt, Ripple hat ja noch ein paar Tage gezeigt. So bis Wochen Schluss, wenn wir darüber schließen, ist das auf jeden Fall sehr, sehr bullish für uns. So, dann zur zweiten Nachricht. XRP herausgeht bei Ripple übernimmt Schweizer Krypto-Verwahrer Metaco. Auch das hat für ordentlich Schwung nochmal gesorgt und den Kurs dann im Endeffekt hier, wo wir eben jetzt gerade das Golden Pocket hatten, nochmal ordentlich nach oben hingewischt. Ich wollte jetzt was anderes sagen, aber egal. Und ja, jetzt sehen wir hier so eine leichte Konsolidierung. Klar, wir haben eine Bearish-Tower-Vergions vorliegen. Nach so einem Pump ist das nicht wirklich verwunderlich. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal mögliche Korrektur-Level an. Wo könnte die Reise hingehen, wenn wir uns das FIP jetzt mal so ziehen? Wäre so dieser Bereich, wo unser WIG wäre oder unser alter WIG wäre bei den 0,44 US-Dollar. Hier liegt das Golden Pocket. Eventuell geht es vielleicht nur bis zum 0,5er, was wir ja bei Bitcoin die letzten Tage immer wieder gesehen haben, dass wir immer nur das 0,5er-FIP-Level meistens angetestet haben. Auch das kann ich mir bei XRP sehr, sehr gut vorstellen, dass wir uns einfach hier nochmal runter orientieren und dann wirklich mit neuem Schwung nach oben hin ausbrechen. Und ihr seht hier oben schon diese gelbe Linie. Die schauen wir uns mal auf dem Daily-Timeframe an. Wer die Wochenausblicke oder beziehungsweise die Ripple-Ausblicke immer wieder anguckt, kennt diese Linie. Das ist unser übergeordnetes, riesiges Symmetrical Triangle. Ihr wisst, ich bin kein Fan von Pattern. Trotzdem lässt es sich hier gut einzeichnen. Wir hatten damals unsere Schwierigkeiten da. Wir hatten einen Daily-Close drüber, der am nächsten Tag sofort wieder abverkauft wurde. Aber wir kommen so langsam in diesen Bereich, wo es jetzt wieder interessant wäre, dass Ripple hier wirklich nach oben hin ausbrechen könnte. Und was auch noch interessant ist, sollten wir jetzt diesen Weg fahren, den wir jetzt eben gerade durchgesprochen haben. Das heißt, wir gehen jetzt einfach nochmal tiefer in diese 0,44,5. Könnte sich hier gleichzeitig noch ein schönes Inverse-Head-and-Shoulders-Chart-Pattern bilden. Auch hier Pattern immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Würde aber sehr, sehr gut im Einklang stehen hier mit einem möglichen Golden-Pocket-Hit. Und dann schönes Breakout nach oben. Und Ziel muss dann aber auch wirklich sein, das letzte Hoch bei den 0,53 rauszunehmen. Und dann wären wir wieder bei unserem übergeordneten Ziel von 1 Dollar. Also es sieht momentan, muss man ganz ehrlich oder fairerweise so sagen, es sieht nicht wirklich beschissen aus. Die letzten Wochen war ich deutlich bearischer. Aber nachdem wir jetzt hier diese Range wirklich schön getestet haben, auch über mehrere Tage und jetzt wirklich diesen Impuls bekommen haben, natürlich auch durch News, muss man auch wieder ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem sieht die ganze Sache hier nicht wirklich bearisch aus. Wir müssen aber jetzt wirklich, das habe ich jetzt gemeint in den kleineren Timeframes, die 0,44 müssen halten. Und wir müssen, sorry, ein Daily Close über diese 0,46,6,5 schaffen. Dann hätten wir das Gröbste hinter uns. Und dann kann XRP auch gesund und munter weiter steigen. Also, wie gesagt, sieht nicht übel aus. Die News sind relativ gut. Trotzdem immer noch ein bisschen hier Bitcoin im Blick behalten. Jeden Tag Bitcoin-Updates, also schaut da auch gerne vorbei. Und ansonsten, kurzes, knackiges Update. XRP gefällt mir ehrlich gesagt richtig gut. Die News sind relativ gut. Und natürlich charttechnisch gefällt mir das auch gut. Bearish wäre es natürlich, wenn wir dann hier das Golden Pocket verlieren und hier wirklich nochmal ein tieferes Tief kriegen. Dann sieht es bearisch aus. Aber ansonsten kann man hier wirklich auf jeden Fall mit arbeiten. Auch hier mögliche Long-Positionen werde ich dann hier bei ungefähr 0,44 bis 0,44,5,5 auf jeden Fall mal für uns einplanen. Gut, dann war es das wieder für das heutige Freitags-Ripple-Update. Wenn es euch gefallen hat, schreibt unten gerne einen Kommentar rein. Was sagt ihr zu den zwei News? Bullish, bearish, wie geht es auf lange Sicht weiter? Schreibt es unten gerne rein. Ansonsten bleibt mir nichts weiteres zu sagen. Like da lassen, Abo da lassen. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Freitag, einen schönen Start ins Wochenende. Wir hören uns dann für alle XRP-Liebhaber da draußen nächsten Freitag wieder. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.